Der Notbremsassistent warnt den Fahrer vor einem drohenden Fontalaufprall und fordert ihn in Form von visuellen und akustischen Warnungen in der Instrumententafel und im Head-Up-Display zum Bremsen auf. Wenn der Bremseingriff des Fahrers nicht ausreicht, wird eine automatische Notbremsung ausgelöst, um die Kollision zu verhindern oder abzumindern. Das System kann über das Multifunktions-Display deaktiviert werden. Mit dem nächsten Motorstart wird das System automatisch wieder aktiviert.